Ich bin ziemlich leid hier. Sonic! Warte hier einen Moment! Ui, was war das? Cool, so ne Anlage will ich auch. Nice! Really nice! Sonic, komm rein! Sonic, komm rein! Wo soll er denn reinspringen? Naja, egal. Okay. Let's go! Eine Propellermaschine... Oh, okay, die hat Antriebe sehe ich grad da unten. Ich wollte schon sagen, eine Propellermaschine will ein... ... Riesen... ... Luftschiff verfolgen. SkyCapt, Subgame. Hi! Sowas ist doch schön! Erinnert mich so ein bisschen an... ...Dialet Wars, Star Fox... Kann ich nicht... ...können wir nicht noch irgendeine... Ah! Doch, irgendeine... Wir können Raketen schießen. Ah, dieses Ziel da! Seht ihr das? Das ist... ...irgendwie sehr schwer zu steuern, meiner Meinung nach. Zack! Wow! Kommt her! Wie seht ihr denn? Eine Propellermaschine überholt so... ...holst so locker so ein riesen... ...Spaceship hier ein. Aber okay. Der baut übelste Propellermaschinen. Ey, ey, ey. Oh! Verdammt! Wow! Wow! Da stecken! Jetzt muss ich draufpassen! Hahah! Ich bin mir das gar nicht mehr gewohnt! Verdammt! Ich bin nicht unbedingt in dem Spiel... ...jetzt in diesem Level hier sterben... Das wär doch Blamate! Keine Ahnung, warum das Ding eine MG hat. Ich kann sie auch so starke... Sofort Zerstörungslösschen hat! Lass mich mal in Ruhe! Uiuiui, haben wir ganz viele bis hier! Eieiei! Verdammt! Nicht schon wieder! Oh du Kacke! Soviel Schaden! Kamikaze-Flieger! Ich glaub's nicht! Ich glaub es hackt! Ich mach das jetzt mal erst da! Soviel Schaden! Sack! Okay... Ähm... Irgendwas sagt mir hier stimmt doch jetzt nicht. Warum fliegst du vor das Schiff? Oh oh! Uiuiuiui, das sieht nicht gut aus! Ähm... Ich sag mal gute Nacht! Naja... Hätte besser laufen können! Naja... Naja... Fürs erste Mal nach langer Zeit ist das auch wieder... ...eine schöne Erfahrung gewesen! Und du landest jetzt perfekt in Station Square! Naja... Plopp! Tanah... Teele! 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 Ähm... Äh, mal sehen. Gehen wir mal hier hin. Hm. Irgendwie hab ich so ein ungutes Gefühl. Hm, 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 hm. Ich durche mal die Stadt ab. Vielleicht ist Tails hier irgendwo abgestürzt. Hm, hm, hm. Ne, sieht nicht so aus. Naja, kein Tails. Schade. Tails, 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 Tails. Wo bist du denn? Ah, vielleicht in... Oh. Wir können gar nicht nur nach Mr. Greens. Bahnstreik oder was? Moment. Wir reden mal mit dem. Vielleicht fahren wir da mehr. Reden. Ja, Bahnstreik. Müssen die unbedingt streiken. Ach so. Zack. Haha. Und eine neue Fähigkeit haben wir bekommen. Was ist das nochmal? Crystal Ring. Crystal Ring. Ah. Damit haben wir kurz noch Aufladungszeiten. Na ja, ein bisschen. Es geht. Jetzt haben wir einen stark blauen Leuchten an Sonic. Sonic, warte auf! Amy. Lange Zeit nicht zu sehen. Ja, äh, ja, Amy. Was ist mit dir eigentlich egal? Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Herr, das ist in der Kürtie. Das ist so. Du kannst für ein paar Mal sein. Du musst bist so wütend! Ich bin so ein bisschen wütend. Wir werden jetzt einfach kageln. Ich habe meine Methode... Ihr Auto sind in der Arbeit. Ah, schau! Ich weiß sowieso, wo ich jetzt hin muss. Denkstimmstimmel, wir müssen jetzt... Nee? Doch. Zum Drinkal Park. Äh... Was bist du denn für einer? Ah, Schau! Eggman's Robots sind auf der Flucht! Kein Problem. Er ist nur ein Stück von schweiziger Hardware. Woah! Oh, nein, was? Schau, hier! Es sagt, du kannst dich frei! Los geht's! Amy! W-w-w-wait! Oh, Mann! Das Mädchen ist so schweiziger! Naja, der Sonic muss nicht leben. Okay, jetzt sind wir im Trinkal Park. Stage 5, Trinkal Park Action Stage. Ach, ja! Das ist eine richtig schöne... Welches Fahrzeug nehmen wir denn? Ja, ich will das hellblau! Ich will den hellblau! Ich will Eis haben! Ja, hellblau! Hellblau! Ja, hellblau! Den will ich haben! Reinspringen, Sonic! Ähm... Ey! Hellblau! Juhu! Eisblau! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Bam! Komm her! Machen wir mal ein schönes Let's... Let's-let's-raise draus, ja. Waaah! Hat das Ding keinen Drift? Näh... Du darfst... Waaah! Waaah! Pfff! Nein! What the... What the hell? Ich will diesmal... Nehm ich den Orangen. Oder auch... Naja, haben wir eben den grünen... Ich hab noch einen Ring! Achso, das sind auch noch... LOL! Mir fällt grad auf... Die Dinger, die am Steuer sitzen, sind selber die Affen. Mal sehen, ob der grüne mir mehr Glück bringt. Ach komm grüner. Eis ist wohl hier nicht so willkommen. Heißblau. Naja. Auf komm, gib Gummi! Gib Luft! Entschuldigung. Najewe. Inwie hab ich das Gefühl, ich schw Maggie zu langsam. Kann... Stoff! Das haben wir es geschafft. War wirklich wahrscheinlich wegen dem Crash am Anfang. Uh. 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 Uhравств. Bei diesen Rampen sagst du uh� féce, aber bei diesen Imba Rampen sagst du gar nix. Zack! Schaff rechts-links Kurve! Und... Er geht in die Sterne härte Kurve? Nein, doch mal nicht. Bohä. Scheiße. Perf! Warum gehts zu uns nicht in den Twinkle Punk? Das wird cool. Solche Bahne... und Loopings auch noch. Okay, Loopings ist animiert. Kann ich nichts machen. Oh, das sieht nach der scharf rechts links Kurve aus. Wow, mit freiem Fall! Klatsch, wir haben es geschafft. Und, mit was gehts weiter? Plopp. Ach der Mann! Kann ich nicht abspringen? Schade. Weil hier wäre ich abgesprungen, weil ich weiß, wie ist das Ende. Geht aber nicht. Schade, schade. Ach, hey. Klatsch. Ah. Wir haben nichts gewonnen. Doch ein bisschen was. Oh ja, das sind Ringe. Muss denn sein. Oba! Oba! Was seid ihr für... Oh, wieder mal... Bohling. Schade. Siehst du. Wie süß. Schau. 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 Ok, hier brauche ich den. Schalter. Weil die Tür sieht ziemlich zu aus da. Wo ist denn schalter? Ein Schalter? Ich brauche einen Schalter! Schalter? Schalter. Ja, sag bloß, der ist im Wasser. Ähm, Hilfe. Ah, okay, ich soll nicht hoch genug springen. Wo ist der Schalter? Achso, oder so. Ich dachte, ich brauche einen Schalter. Nein! Das wäre noch Abkürzung, richtig gute Abkürzung gewesen. Hoppa! Okay, geht nicht. Ich dachte, ich brauche einen Schalter. Naja. Wie viel Zeit habe ich noch? Ja, knappe 2 Minuten. Reicht doch. Hoppa! Kommt's von weg. Nicht zu weit springen. Ah. Willst du mich veralbern? Mach mal so. Eins, zwei, drei. Okay. Das geht noch schlechter, als ich dachte. Ah, ne, das glaube ich lieber. Ich habe kein Bestand zu lang. Wo ist eigentlich die Schöne? Wo ist eigentlich die Schöne? Ähm... Ah, da. Hoppa! Hopp, hopps. Okay, wir sind schon so gut wie am Ziel, wie ich sehe. Ich habe schon gesagt, das schaffe ich. Ah, das ist nämlich die Kapsel. Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Plop, 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 plop. Achso, das kannst du ja wegdrücken. Ist ja nicht entscheidend, weil es hier keine Ränge gibt. Noch ein Emblem. Und wir sind wieder zurück in Station Square. Okay, Freunde. Das war's für diesen Part. Man sieht sich im nächsten Part. See ya.